Zauberschein Ja genau, jetzt kann man die Tüte schweichern, weil es T-Post macht und dann wieder sowieso um alles kann, wenn man um eine Person zu erlaubt. So. Mach ich, mach ich irgendwas. Boah, lächst du eigentlich arg, ich muss das mal auslösen. Kann ich ja, ich kann es nicht angreifen. Hätte ich bei jedem Scheiß zurückziehen. Keine Wirkung, ja ist doch klar, alter. Ich kann es nicht noch mal auslösen. So, ich kann es nicht noch mal auslösen. Oh! Oh, ich kann es nicht noch mal auslösen. Ja, ich weiß nicht, warum die Sicher-Tacke nicht getroffen hat. Aber die Sicher-Tacke nicht getroffen hat. Ich wollte nicht mehr verziehen, verwirften. Ich würde auch so fest, dass es kürzlich kann es nicht werden. Ich würde jetzt trafen, oder eine Drache dürfte auf jeden Fall sein. Jawohl, mein Beutreffer. Gut, dann haben wir das. Wieder fertig. Gut. 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 Heißt du, das hat's wohl nochmal ran? Schau mal diesmal in der Dünnernachs vor. Das ist schon der Topf dazwischen. Oh, was für ein Koloss. Das schaffe ich nicht allein. Können wir gemeinsam. Du brauchst wieder Kunzen mit deinem Schaf, okay. Okay. Was? Eine Kraft? Hä? Die dürfen sich mal angriffen? Gar nichts. Äh, nein. Fliegenkünften. Fliegenkünften, Fliegenkünften. Hier, kommt zu. Bei 2.30, aber irgendwas muss das denn gut sein. Warte, machen wir's denn. So. Kann man schreien. Und da sind... die beiden legendären Pokémon. So. Und ich vermute, dass die beiden uns jetzt versuchen zu helfen. Eronja. So. 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 Ich bin nicht mehr von Taktian, so. Wacker war schön von Zama-Zenta. Wir schauen, ob wir uns mal angreifen dürfen. Wir haben ja. Ja, oder? Das ist ja auch nicht. Das ist doch nicht. Das ist ja auch nicht. Wir müssen alle noch mal ein bisschen verschicken. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Okay, wieder viel Dakt einsetzen. Das ist ja nicht. 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 eher als noch. Ich hab die Hälfte. Also das ganze Spielt dann nochmal. Vielleicht steilt die T-Quotecle einer, wo es nicht gerade ist. Ja, das war ein Fortschritt. 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 Glückwunsch! Geh es zu haben! Wuhhh! 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 Glückwunsch! Wuhhh! Wuhhh! Wuhh! Wasbieleside... Dankes! Und diese Fliegerwunsch! Das ist letztendlich! Wenn du beobachten! Kannst du nach Leutenhängigkeiten? Ich habe auch schließlich, der Indiener alles erweckt hat. Und die wissen. Ich habe geschlafen in den Kleinschein. Seit diesem Tag reden alle über nichts anderes. Ich bin so froh, dass alles guter gegangen ist. Ohne die von Samasetta und Zarkiaan hätten wir Indiener alles nie besiegen können. Ja, vermutlich. Das hätte sich noch ein bisschen gezogen. Natürlich scheint die Sache schon wieder völlig vergessen zu sein. Viel dreht sich alles um den Schwerfmeld gegen dich, das er heute nachholen will. Und das, obwohl er so schwer verletzt wurde. Oder sogar das Bewusstsein verloren hat. Aber andererseits kann ich ihn schon verstehen. Ich bin schon ganz hirnig vor Freude, euch gegeneinander kämpfen zu sehen. Ja, ihr kämpft dann natürlich nicht zuerst, aber auch sonst. Auf geht's. Jetzt dürfen wir tatsächlich, dass er nicht gegen ihn antreten. Gegen den Schem. So, die Frage, ob ich meine Kekommer-Alarm-Start habe. Wenn die Frage ist. Moment, habe ich da noch nicht in den Spielen bereitgestellt? Damit ich mal ungefähr weiß, was tatsächlich zu machen ist. Oh, wir kriegen gerade noch Nachrichten. Schneesturm, Gewitter. Scheinbar tatsächlich. Gut, dann dürfen wir jetzt weitermachen. Und ich weiß ungefähr, was jetzt auf mich zukommt. Damit ich... Ich werde das auf jeden Fall austauschen. Das ist mir... ...nur ein bisschen zu gefährlich. Da irgendwie rein was zu machen. Ich glaube, ich war jetzt sicher ein dafür. Ich werde ihn nicht mit Andy Nalas anfangen jetzt. Sondern ich werde mir überlegen, was ich mal jetzt nächstes reinziehe. Ah, was ich mal jetzt nächstes holen werde. Da ist er. Der neue Champ. Da geht's ja. Ah, da oben hab ich vergessen. Nein, ich werde das überhaupt austauschen. Okay, würde ich mir dann ausgehen und ziehen. Ich hab nämlich noch ein paar kleine Überlegen. Team holen wir es mir noch. So, dann geht's los jetzt mit dem Camp. Ah, mit dem Camp Finale. Mit dem Dallegino Camp. Das sehen wir ganz auch mal in der nächsten Folge. Liebe Leute, bis dahin und auf Wiedersehen. Und weil ihr es bei Pokémon geschieht, aber ein bisschen nichts gemacht.